es ist ja ich habe mir gedacht ich steige so ein bisschen humorvoll ein damit es auch so ein bisschen leichter wird wir haben ja schwere kost für uns wir haben die mary heute gucken und das ist ja manchmal auch dramatisch ich weiß nicht sieht man das meine brille ist so leicht beschlagen ich habe mich offenbar strengt mich offenbar schon so an in meinem alter mit 15 jahren dass das reine knien zur absoluten belastung wird es ist es ist halt man wird halt auch nicht jünger es sei denn man ist jim knopf oder wieder als dieser